ja oder herzlich willkommen zu einer weiteren folge so war die games wieder mal alleine ich weiß nicht einfach richtig bock auch alleine aufzunehmen und wieder okay jetzt geht auch gleich los er wird nicht alter ist nicht wahr oder wieso krieg ich kein schwer als die alter das ist nicht wahr jetzt oder es kann nicht sein und wir werden verfolgt und immer noch jetzt nicht mehr also dann gucken heute hier und ich habe meine ganz dringende frage ob sich einer von euch bereit erklären würde mir eventuell samtnis zu machen also quasi erst seiner muss ich jedes samtnis machen aber einfach ein paar als ablösung für mich ist klein weil ich einfach fast keine zeit habe erstmal aufzunehmen und Prozent dann schafft es doch mal aufzunehmen und dann muss sie nach uns auch mehr machen und dies und das und ihr kennt das ja wo wir sind es nicht je nachdem und drum das ist sich selbst Prozent geil wenn irgendjemand das breit erklären würde eher ein schwer das haben es für mich zu machen natürlich wird auch dann in meinen videos auch erwähnt und ja das war es eigentlich schon von dem wichtigen thema was ich ansprechen wollte jetzt kommen wir mal hier und nein achso wir sind gleich tot aber das interessiert mich jetzt nicht lol okay das war natürlich klar ähm scheiß thema wobei kann man es nicht sagen aber egal und diese kleine macht es noch schon die nächsten runde mit dem auch mit dem nächsten lied ist ein 16 links da ein 16 16 ab genau und ich kenne die leider nicht muss ich ganz ehrlich sagen ich versuche einfach mal ich gehe weg zu ich glaube nicht ich glaube wir rennen gleich weg ähm und dann rennen wir gleich mal nach da hinten okay äh weil ich glaube eine mitte bekommen wenn ich wirklich was und los gucken wir lieber mal ob wir hier hinten nicht zu fahren doch etwas finden und die mitte kriegen wir definitiv nichts und das sehe ich auch schon bäm und kein schwert ist mich verarschen okay der verbrennt da schön vor sich hin und jetzt sind vorbeigeschlichen assassine hähä äh lauke ein bisschen essen haben wir und wir haben keinen Träumen mehr gefunden Mist kacke natürlich schon gelootet Alter das kann nicht sein wir haben kein Schwert man rüßt sie aber kein Schwert loo ich dachte grad alter ok äh ja uff sehr gut bittes denn nicht gelootet bittes denn nicht gelootet bisschen essen so verstecken wir schon mal schön unser schwert dass ich nur meine Truhe da auch gehen wir aber erstmal zu der bin ich denn da bin ich denn da bin ich denn da so so wuff darf man weiter hier und ja ich glaub die Runde ist es nicht mal auch so er hat nen Eisenschwerlauf wuch sind wir grad und so an ihm vorbeigerannt dürfen wir jetzt aber bloß nicht irgendwie sterben ich glaub wir haben bessere Rissi wobei er hat nen Brustpanzer ne bessere Rissi kann man es glaub ich nicht nennen was ich hab aber ok er jagt uns immer noch hinterher wow Schneeball alter krasse Ball wir haben uns grad auf jeden Fall gegessen damit wir ich könnte mich umdrehen und die wegklatschen ich glaube ich klatsche erstmal den hier wir schützen die ne komm oh komm schon alter ne fick dich so komm schon was lol 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 ok ist er in die Lava geflogen ach ne ok scheiße alter ich hab versucht den wegzuschupfen hat leider nicht funktioniert ja dann würde ich sagen danke ich bedanke mich fürs zuschauen wenn ihr mehr von Minecraft Mini Games sehen wollt dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da und ein kommt natürlich ich würde mich natürlich übelst freuen ähm ok ich weiß nicht warum ich grad so rumleg alter egal äh wie gesagt ich würde mich natürlich sehr über deine Bewertung freuen ähm und dann würde ich sagen wenn ich das Video gefallen hat immer noch vergewaltig dann bitte den Daumen nach oben und äh wenn es euch nicht gefallen hat bitte konstruktive äh bitte konstruktive getrick lol jedes Mal Kritik und dann würde ich einfach sagen haut rein Leute ciao und schreibt einen Kommentar acabar wieder einfach du gib b du du Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.